So, Amtsgericht Plön, Verhandlung für Sucharit Bhakti. Die Anwälte versuchen das dritte Mal in das Gebäude reinzukommen. Niemand darf rein, aber die Anwälte haben eine Zeit lang im Auto verbracht. Und jetzt geht das große Klatsche los. Das ist das Anwaltsteam von Sucharit Bhakti gewesen, was jetzt ins Amtsgericht Plön reingeht. Und hier auf diesem Platz sind schon um sieben Uhr morgens die ersten Menschen gewesen und haben sich dort vorne angestellt, um reinzukommen. Niemand kommt rein, auch die Anwälte wurden bisher nicht reingelassen. Um sieben Uhr vierzig waren es bereits fünfzig Leute, die hier standen und warteten. Und jetzt, nach acht, die Tür geht auf. Das Anwaltsteam darf schon mal rein. Beim letzten Prozess hier gegen jemanden aus dieser Szene dauerte es eine Minute pro Person, um durch die Sicherheitsschleuse zu gehen. Womöglich geht es heute noch langsamer. Das ist eine große Anwälte, weil ohne ihn wäre vieles in der Form nicht verifiziert worden. Evidenz passiert gewesen, wie es so schön ist. Und da war der Eingang wieder zu. Die Zuschauer, die Presse wird bisher draußen gehalten, gelassen. Die Polizei war auch schon frühmorgens hier. Um acht gab es einmal Speisung für alle. Es stehen noch viel mehr Polizisten woanders. Hallo zusammen. Ja, das ist die Frage, Frau Kaiser, wir können dann... Also ich bin ja angemeldet. Ja, ja, ich konnte auch... Ich bin ja auch...